was geht ab liebe basketball freunde ich glaube heute muss ich euch nicht sagen um was es geht wer gestern die warriors rebel challenge gesehen hat da habe ich schon angekündigt heute kommt die band jama rebel challenge das bedeutet wir picken uns ein team in dem fall die spurs und dann werden wir versuchen im draft wenn bei jama zu bekommen entweder haben wir glück über die lottery oder wir sammeln einfach selber genügend picks dass wir dann auch während des drafts sagen können hey ja damit wir ballern alles rein damit wir diesen wie sagt lebron james alien zwei meter und 24 großen spannweite von 2 meter und 40 drüber sogar ich glaube mittlerweile 2 meter und 44 das letzte mal was gemessen wurde und ich habe bock vor allen dingen auch zu sehen wie verändert wenn bei jama wirklich deine franchise die spurs glaube ich brauchen sowieso mal einen neuen anstrich deswegen gehen wir direkt hier rein ja moderne era ist glaube ich komplett klar draft jahrgang laden müssen wir natürlich logischerweise auch ich nehme wieder den von jack genau da ist nämlich komplett aktuell und dann werfen wir einen blick auf die finanzen der spurs ja mcdermott richardson pöltel das sind eigentlich alle spieler die du abgeben kannst denn keiner passt mehr in dieser timeline der san antonio spurs das sind jetzt gerade aktuell die drei ältesten spieler oder wenn ich mich täusche ja jang hast du noch okay aber dahinter kommen sie dann direkt verdienen am meisten geld ja weil du kannst sie auch rein theoretisch außer du kriegst natürlich irgendwie was angebot ne also ich glaube wobei pöltel da haben die spurs glaube ich einen sehr sehr hohen preis aufgerufen die wollen glaube ich zwei first round picks für pöltel wir schauen auf jeden fall dass wir was für richardson bekommen und für pöltel weil die beiden und deren verträge laufen sowieso aus und warum sollten die für nichts gehen also da versuchen wir natürlich was für zu bekommen das wird auch direkt unser erster step sein gehen wir rein richardson first round pick wäre natürlich ein traum da glaube ich aber ehrlich gesagt nicht so wirklich dran mobamba mobamba und wenn bei jama gemeinsam info im frontcourt das wäre auch eine geile geschichte spencer den würde ich habe heute auch so ein bisschen einfach bock mal auf mein gefühl zu hören und draymond green ja den haben wir gestern gekickt also falls ihr die warriors rebel challenge gestern nicht gesehen habt dann schaut da super gerne rein mitchell robinson da muss ich aber einen first round pick mit rein ballern ich mache diese mobamba deal weiß nicht ich habe irgendwie das gefühl dass man daraus später noch was stricken kann und er ist auf jeden fall mehr wert die richardson dann wäre es jetzt natürlich optimal wenn ich pöltel losbekommen peril du glaube es alex caruso irgendwie first round pick das wäre schon sehr sehr geil aber ich kann natürlich ich muss natürlich um wenn bei jama auch irgendwie ein team aufbauen deswegen kann ich natürlich auch schauen ob es irgendwelche spieler gibt wo ich mir denke die könnten uns in der zukunft weiterhelfen äh alex caruso grand williams john wall ist halt kein wirklicher wobei es wäre zumindest ein first round pick der zwar protected ist aber da brauche ich mir glaube ich keine großen gedanken machen die grizzlies sind so gutes team da werde ich höchstwahrscheinlich diesen deal annehmen gehen wir noch mal drauf ja ich muss man zwar ein zweitrunden pick aber der interessiert uns halt überhaupt nicht oder gebe ich darf zu wenig ab für ach nee komm weg damit von mir da jetzt ewig überlegen trade suche mcdermott den vertrag den verstehe ich übrigens bis heute noch nicht also keine ahnung warum man den so mit kohle zu hat aber okay jedem das seine rocko blamley dass sie kevin knox vielleicht so als junges talent ja kevin knox so und ich glaube mit dem team werden wir richtig auf den sack bekommen jetzt schaue ich nochmal ganz kurz rein dass ich nicht irgendwas übersehen habe irgendein vertrag lang fort läuft aus aber der wird ja höchstwahrscheinlich da haben wir ja die rechte an ihm alles andere okay dann simulieren wir mal und ich bin gespannt wie viele spiele wir verlieren werden ich sage 58 niederlagen jetzt sind wir auf dem weg wo wir eigentlich sein sollten und zwar letzter in der conference das wird glaube ich trotz allem eine enge geschichte und es jetzt in dem fall heute auch mal wieder eine spannende draft lotterie wir verlieren 62 spiele luca wird ein vp ist eigentlich egal in dem fall wir simulieren schnell die playoffs und champ wer denn die clippers oder die sixers philly und james harden mit finance mvp als philly fan würde ich da nicht nein sagen auch wenn ich da nicht so ganz dran glaube ich habe sie zwar als underdog favorit mit dabei so jetzt bin ich gespannt so freunde seid ihr bereit für die draft lotterie ich habe sie schon abgehalten ich habe allerdings noch nicht reingeschaut ich will einfach nur den ganzen prozess wer welchen ball bekommt den will ich uns einfach ersparen ich bin gespannt wir klicken jetzt gemeinsam rein und wir sind nicht mal unter den top drei rockets suns jazz kings magic und dann kommen erst wir pistons hornets nicks wizards ach komm wenn wenn wir wenigstens unter den top drei bedeuten wir müssen jetzt sehr viel abgeben und uns da nach oben zu traden ja tradesuche rockets wo seid ihr ja ja wollen sie natürlich müssen wir selber was zusammen basteln trade vorschlagen spieler pick rockets und da wäre er zack bumm zack bumm ich baller gerne noch einen rein ähm wobei der von den hornets der könnte richtig viel wert sein ich mit mit second round picks komme ich da wahrscheinlich nicht weit wenn ich noch einen first round pick reinballer yes ich wollte nicht den der hornets weil ich glaube der kann viel wert sein und unserer eventuell im nächsten jahr auch noch so nba draft bambanyama welcome to san antonio with the first pick wähle talent ja also hier haben wir ihn victor bambanyama jackson an der drei so wir haben ah ja wir haben gar keinen pick mehr wichtig dass wir das erstmal geschafft haben weil ne bambanyama rebuild challenge funktioniert natürlich nur mit ne bambanyama logischerweise ja geil musste zwar relativ viel abgeben aber das war mir ehrlich gesagt schon fast klar obamba zach collins ne den verlängere ich mal weil ich glaube da kann ich noch ein bisschen was rausholen und jetzt darf man ja auch nicht vergessen leute dass wir ah trey jones 23 jahre jung ah ich mach mal ein qualifying offer man darf ja nicht vergessen was wir auch an cap space frei haben das bedeutet doch rein theoretisch ich kann jetzt einem spieler einen max deal anbieten wir haben james harden irving meddleton porzingis jordan pool der ist restricted aber die frage ist natürlich ob die warriors auch tatsächlich die kohle auf den tisch legen hier in der simulation könnt das mal probieren mal als turner macht jetzt natürlich keinen sinn für uns am meisten sinn würde jetzt natürlich irgendwie flügelspieler machen aber ah cam johnson ist auch restricted ah sechstner ebenfalls isaac ich probiere es einfach glaube ich bei jordan pool was habe ich zu verlieren also ich gebe ihm eine spieler option probiere es einfach die ganzen spieler hier oben klar wäre das sicherlich interessant aj barrett wird zu 1000% bei den nicks bleiben ich probiere es trotzdem weil er in unsere timeline passen würde genauso wie haben wir noch einen jungen spieler dann dann wenn du der jetzt natürlich nicht unbedingt der spieler ist die nicht und so viel kohle geben möchte Kevin Porter Jr. Javante Green. Der Andrea Hunter ist leider auch restricted. Schauen wir erstmal, ob hier Jordan Poole würde auf jeden Fall schon mal annehmen. Jetzt ist die Frage, ob die Warriors gleichziehen. Die Warriors ziehen nicht gleich. Oder? Ist es jetzt schon safe? Ich bin mir gerade selber unsicher. Sie können immer noch gleich ziehen, Leute. Das Ding ist durch. Jordan Poole ist in unserem Team. Nice. Nice. Ich wusste es, weil Jordan Poole, in der Realität wird das nicht passieren. Aber hier im Spiel, logischerweise, wenn du Draymond halten möchtest, er zieht seine Player Option. Du hast Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green. Du hast hinten dran Leute wie Kuminga Wiseman und so weiter und so fort. Kevon Looney. Dieses Team ist schon so unglaublich teuer. Deswegen habe ich mir gedacht, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und das hat direkt funktioniert. Und ich habe sogar noch Kohle frei. Ah, Jake Rouda ist relativ teuer. Oh, Harrell. Sehr, sehr günstig zu haben, Leute. Also da ballere ich auf jeden Fall mein Angebot raus. Nice. Mit 14 Plaketten. Super als Mentor. Aber dann Reggie Jackson geht tatsächlich immer noch, wenn er möchte. Ah, geht zu den Clippers. Okay, kein Problem. Kann ich verstehen. Joe Ingels. Warte mal, da steht. Joe Ingels erwartet drei Millionen. Warum bieten wir ihm dann fünf Millionen? Das Spiel, nämlich schon wieder in den Ruin treiben. So, Joe Ingels. Und ich glaube, dann sind wir fertig. Jordan Poole geht um drei nach oben. Kelton Johnson. Wemba Niyama. Kevin Porter Jr. Bamba. Wassell. Harrell. Primo. So an. Collins. Also, ich bin jetzt mit dem ersten Jahr super, super zufrieden. Schauen wir kurz gemeinsam in unser Coaching. Ah, da, da, da. Okay, das ist die Aufteilung. Ich habe vergessen, mich um Popovich zu kümmern. Als Head Coach. Ich, ich weine. Popovich! No! Ich kann es nicht glauben. Ähm. Personal. Bitte, Popovich. Sei noch irgendwie auf dem Markt. Geh mir weg mit deinem Tutorial, Mann! Ich kotze richtig im Strahl. Da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Kandidaten ansehen. Natürlich ist Popovich nicht mehr auf dem Markt. Das wäre ja auch lächerlich. Ey. Ach Gott. Leute, Leute, Leute. Ich ziehe nicht mal einen Head Coach. Ah, hier sind, hier sind die ganzen Head Coaches. Underwood. Mal wieder. Ja, ich werde ihn feuern. Und stelle jemand anderen ein. Defense-Wurf-Doktor. Schmidt. Holloway. Ich brauche natürlich auch jemanden. Ja, sehr, sehr teuer. Aber wenn ich natürlich Popovich verliere, dann muss ich an einer anderen Stelle mir jemanden holen. Wenn du jetzt einfach klicken würdest, dann würdest du einfach über 2 Millionen mehr Gehalt zahlen, als letztendlich Underwood hat angenommen. Hat zwar keine Laketten, aber das soll in dem Moment jetzt einfach mal gerade egal sein. Ja, das mit Popovich ist jetzt natürlich gerade eben ein bisschen ärgerlich und ätzend, aber, meine Güte, jetzt haben wir jemanden, der offensiv sehr, sehr gut ist und defensiv halt eher nicht so gut. Leistungsfaktor gehen wir hoch auf, ne? 70. Systembeherrschungsvorliebe. 65. Banktiefe. 9. Das ist in Ordnung. Jetzt müssen wir sowieso erst mal eine Saison durch... Ach so. Ähm. Mentoren. Muss ich auch machen. Spieler-Mentoring. Devin Wessel. Da packen wir drauf. Habe ich da überhaupt jemanden? Hm. Naja. Können 24-Jährige an dem 23. so viel beibringen. Wir sehen, die Lernkurve ist relativ gering. Da wird relativ wenig gehen. Ich glaube, ich mache mal erst die Spieler, wo ich auch weiß, das macht einigermaßen irgendwie Sinn. Und in dem Fall wäre das Wambanyama und... Harrell. Okay. Da sehen wir schon relativ schnell. Da geht's zackig nach oben. Hübel. Backdown-Punisher. Hoch hinaus. Mehr geht nicht. Done. Jordan Poole. Habe ich niemanden so wirklich? Joe Ingles. Könnte ich... Ja, ich könnte... Ich packe mal auf Kevin Knox. Packe ich Joe Ingles. Okay, Joe Ingles hat jetzt auch nicht mega so viele Plaketten. Deswegen macht das relativ wenig Sinn. Ich probiere das jetzt einfach mit Jordan Poole und... Wiesel. Ob das dann klappt oder nicht, ist auch schon vollkommen egal. Hauptsache, wir haben irgendwie ein bisschen Progress. Catch and Shoot. Und dann müssen wir sowieso nochmal tanken in der Saison. Dementsprechend... Gehen wir einfach rein und simulieren. Wir kriegen ein Angebot von den Phoenix Suns. Alex Lenn. Ein First-Round-Pick für Branham. Und dann... Warum? Hat er... Hat er irgendwas... Von dem ich nicht weiß... Dass er irgendwie ein Potenzial hat von... Keine Ahnung. Potenzial B-. Minus. Okay. Ich... Ich hab jetzt ehrlich gesagt mit dem überhaupt nicht geplant. Und wenn die mir einen First-Round-Pick geben... Dann... Ich sag, mach ich das jetzt einfach mal. Wüsste nicht, was dagegen spricht. So. Rotation könnte der CPU anpassen. Also. Wir haben natürlich eine durchwachsene Saison. Was vollkommen okay ist. Umso mehr Spiele wir verlieren, umso besser. Ähm... Jetzt muss ich kurz überlegen, ja. Schauen wir mal kurz rein in die... Jordan Poole, Kelton Johnson... Kevin Potter Jr. Wimbanyama. Stimmt. Mobamba. Genau. Mobamba. Den ich jetzt eigentlich nicht mehr bräuchte. Ich hab ja auch Harold hinten dran. Aus dem können wir schauen, ob wir da jetzt was machen. Im besten Fall natürlich einen First-Round-Pick. Scary Terry, TJ Warren, Jill Robinson, der noch drei Jahre Vertrag hat und sogar ein bisschen besser wäre. Also das wäre jetzt einfach mal auch so ein Upgrade. Das wäre quasi so Richtung einfach nochmal absichern. Der Typ ist nochmal ein klein wenig besser. Ausnahmen zu machen. Here we go! Hier we go! So, Coaching. Kurz anpassen. Ja. Freunde, jetzt mal ganz kurz ein Anliegen. In eigener Sache. Wenn euch mal ein Kanal taugt. Wenn euch die Videos taugen. Dann gerne ein Abo dalassen. Immer gerne ein Like dalassen. Ansonsten, ja, könnt ihr mich supporten, indem ihr meine Videos einfach komplett schaut und nicht durchskippt. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die viele nicht wissen. Watch time. Genau. Also wenn euch die Videos gefallen, dann lasst sie einfach durchlaufen. Egal ob beim Training oder beim Kochen oder was auch immer. Joel Embiid, MVP, Victor Wemanyama, Rookie of the Year, Sixpin of the Year, Dylan Mitchell, der ein bisschen aussieht wie Malik Wong, oder? Defensive Player of the Year, auch Embiid, Tyler Hero. So, mit den Playoffs haben wir natürlich wieder überhaupt nichts zu tun. Deswegen können wir die einfach simulieren. Wir gehen mal hier in die Mitte, damit das ein bisschen schöner aussieht. Und haben Towns gegen Embiid. Und die Sixers werden wieder Champion. Dieses Mal mit Embiid. Okay, das ist auf jeden Fall krass. Draft Lotterie. Na komm, in dem Fall mache ich es jetzt einfach. So, ihr seht es, wir sind hier an der 5 über die Hornets und an der 8. Und an der 12 sind wir auch nochmal. Okay. Und wir landen an der 3. Sehr, sehr gut. Und an der 6. Okay. Also da sind wir auf jeden Fall schon wieder sehr gut mit dabei. Ich habe mich natürlich überhaupt nicht ums Scouting gekümmert. Draft Combine. Schauen wir da mal ganz kurz rein. Bezüglich Shooting. Jumpshot aus dem Stand. College Dreier aus der... NBA Dreier. NBA Dreier aus der Bewegung. Und im besten Fall ein... Small Forwards. Evans Junior. Ich weiß nicht, wie man den Vornamen ausspricht. Kwame. Kwame. Kwam. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Der hat 6 Plaketten. Lass uns einfach mal überraschen. Wir gehen jetzt rein in den NBA Draft. Ich lasse jetzt auch erstmal die anderen beiden an der 1 und an der 2 picken, bevor ich dann irgendwie da eine Entscheidung treffe. Isaiah Colguer. Isaiah Colguer. UCLA Point Guard. Dann. Sabre Booker. Und jetzt sind wir dran. Jetzt bin ich mal gespannt, wer uns vorgeschlagen wird. Ron Hollands. Naja. Der hat halt schon 12 Plaketten. DJ Wagner. Wer kennt ihn nicht? DJ Wagner. Ähm. Habe ich den komplett gescoutet? Ja. Bestenfalls LeBron James Hall of Fame? Okay. Bestenfalls James Warthy. All NBA. Oh. Okay. Ich gehe einfach mal mit ihm, weil das klingt jetzt ja gar nicht so unattraktiv. Ich wollte jetzt übrigens, dass ich keine Trade-Angebote bekommen habe. Justin AdWords. Äh. Bestenfalls Michael Jordan Hall of Fame. Was ist denn das für ein Draft-Jahrgang? Ich glaube, die drehen gerade ein klein wenig durch, oder? Len Rice. Also nehme ich auch mit. Junge, Junge, Junge. Also langsam gefällt mir dieser Rebuild. Let's go. Wir dürfen ja sogar nochmal ran. Du hast 21 Trade-Angebote. Möchtest du dir diese Trade-Angebote ansehen? Ja. Zeig mal her. Marcus Smart, Clint Capella. Alles außer Luca oder Giannis wird sowieso nicht akzeptiert. Ne. Da pick ich es selber. Ja, da pickt er mich selber. Da kennt er nix. LeBron James. Also immer noch nicht bestenfalls Hall of Fame. Ja, okay. Also man kann natürlich in einem Draft-Jahrgang drei Hall of Fame-Typen auswählen. Ob das dann wirklich tatsächlich passiert. Das weiß kein Mensch. Bis zum Ende simulieren. Die Second-Round-Kicks sind dann für uns nicht mehr relevant. Äh, vor allen Dingen, das wird jetzt relativ teuer werden. Denn, ja. Hier 18 Millionen, 13 Millionen und 9 Millionen. Moment. Harrell. So an. Ja. Nehme ich mal mit. Jetzt habe ich wahrscheinlich sogar zu viele Spieler, oder? Oder Sal. Ich habe safe zu viele Spieler. 2, 6, 7, 9, 12. Ne, ich habe nicht zu viele Spieler. Ich will jetzt auch, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so viel Kohle ausgeben. Weil, schaut euch das mal an. Jordan Poole mit dem großen Vertrag. Carlton Johnson, Mitchell Robinson als Absicherung. Den rechnen wir mal raus. Den kann ich jederzeit ja wieder abgeben. Hollands, AdWords, Remo, so on. Ja, okay. Ich kann schon den ein oder anderen Spieler mitnehmen. Ja, schade. John Wall möchte so viel Geld haben. Sonst würde ich sagen, als Mentor. Aber ich glaube, ich probiere mal, Buddy Heald mitzunehmen. Einfach bezüglich Shooting nehmen wir mit. Weil danach haben wir kaum noch Capspace frei. Deswegen. Ähm, Kendrick Nunn. Ne, Chris Dunn. Kendrick Nunn. Sorry for that. Kommst auch mal schnell durcheinander. Chris Dunn verpflichtet. Ray Cooper verpflichtet. Oh, Ray Cooper verpflichtet. Und dann haben wir ja noch unser Caph hold. Da klicke ich jetzt kurz durch, weil ich natürlich drauf reagieren möchte, falls es ein Angebot gibt für Wissell. Oder auch für Kevin Porter Jr. Ne, okay, passt. Spielerentwicklung. Ben Banyama geht hoch auf eine 91. Wissell geht hoch auf eine 81. Sohan geht hoch auf eine 78. Ja, ansonsten geht das eigentlich von den Sprüngen her. Klar, Jordan Poole bleibt bei einer 86. Und wir bewegen uns Richtung Playoffs. 25, 18. 26, 18. Ja, das... Rein theoretisch muss ich den Laden jetzt echt nur noch zusammenhalten und simulieren. Ich will eigentlich jetzt gar nicht großartig irgendwas verändern. Muss jetzt bloß immer ein Auge drauf behalten. Wissell läuft natürlich jetzt logischerweise aus. Remo läuft aus. Chandler läuft aus. Das bedeutet, ich muss eigentlich jetzt ein bisschen traden. Harrell hat einen geilen Job für uns gemacht. Ray Cooper, ein Spieler, den ich nicht brauche. Und dafür bekommen wir Ja'Shawn Tate und einen First-Round-Pick der Kings. Der ist zwar lotteriegeschützt, aber ich denke, da gehen wir definitiv mit. Es gibt kein besseres Angebot. Deswegen... Rein. Yes. Zack. Nochmal ein Spieler. Ja'Shawn Tate, auch jemand, der sich definitiv noch entwickeln kann. Dann weiter. Wir gehen wieder rein in die Draidsuche. Chandler. Chandler spielt sehr, sehr gut. 8,4 Assists. Also der ist richtig, richtig stark. Remo spielt keine wirkliche Rolle bei uns gerade. Überhaupt nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich jemand, den ich gehen lassen muss. Und im Optimalfall natürlich auch wieder für einen First-Round-Pick. Buddy Heald. Buddy Heald. Oh, die Pelicans. Der ist sogar zweieinhalb Sterne wert. Da, ich bin eher... Da opfer ich... Da opfer ich Buddy Heald. Bei mir ist es für mich ein Spieler, der nicht wichtig ist. Wir schauen, läuft im nächsten Jahr sofort aus. Können wir so machen. Die Frage ist halt jetzt wirklich noch, was machen wir mit Rissell? Schade, ich will ihn eigentlich... Ja, ich hätte ihn natürlich verlängern müssen, aber es war... Das war es mir einfach nicht wert. Über 20 Millionen. Da werden sich die anderen einfach krasser entwickeln. Da kriegen wir einen First-Round-Pick von den Raptors. Ja, komm. Ich glaube, wir hätten trotzdem die Bird Rides, wenn ich mich da gestern an die andere Folge erinnere. Ja, deswegen, wir simulieren jetzt einfach mal weiter und schauen dann, was mit Rissell passiert. Ich denke mir, für euch ist es vielleicht auch interessant, wie es denn überhaupt gerade eben läuft von den Stats her. Deswegen schauen wir einmal gemeinsam rein. 24,4 Punkte von Wemban Yama. 11,9 Rebounds. 4,1 Assets. 1,8 Steals. 2,6 Blocks. 53% aus dem Feld. 47,9% von der Dreierlinie. Boah, das ist mega, mega stark. Chandler ist... Achso, wir haben nach Punkten sortiert. Holland. Ich habe keine Ahnung, wie man da ausspricht. Holland, Holland, Ron. Wir nennen ihn einfach Ron. Hat 18,5 Punkte. Jordan Poole 17. Kelton Johnson 13,5. Wer ist denn hinter Wemban Yama? Ron ist unser stärkster Rebounder. Chandler ist unser bester Assistgeber. Was hat denn der Typ eigentlich für einen... Potenzial. Das würde mich mal interessieren. Weil der zockt richtig krass auf, obwohl ich den nie so wirklich auf dem Schirm hatte. Ja, ich brauche wieder 100 Jahre, bis ich zu den Werten komme. Potenzial. B plus... Okay. Also, das sind mal die Stats. Wir simulieren weiter. Und was richtig wild ist, wir sind auf Platz 1 in der Conference. Das war noch nicht das Jahr, wo ich dachte, wir gehen jetzt für Platz 1. Jetzt sind wir wieder Platz 2. Also, ich mache mir gar keine Hoffnung, wenn wir simulieren ganz entspannt die Playoffs. Das ist noch nicht das Jahr, wo es um den Titel gehen soll. Wir sind aber sehr, sehr nah dran an den 50 Siegen. Jamorant, MVP, Booker, Rookie of the Year, Rockton, Sixth Man of the Year, Wemban Yama, Defensive Player of the Year, Scoot Henderson, Most Improved Player. Auf den bin ich auch gespannt. Auch ein sehr, sehr geiler Spieler. Wir haben folgende... Ich mache jetzt trotzdem mal von der Banktiefe her. 8. 77, 87, 79, 84. Es sieht natürlich schon echt nicht schlecht aus. Selbst wenn ich Wiesel jetzt verlieren würde, passiert gar nichts. Es wäre tatsächlich egal. Egal. Wir gehen raus gegen die Houston Rockets. Und die Rockets gehen in die Finals, weil die Irving haben. Wer spielt denn bei denen? Irving, Jalen Green, Leonard Miller, Jabari Smith Jr., Shane Gunn, Mike Conley, Jalen Brown, Jason Tatum, Torian Prince, Robert Williams. Da bin ich jetzt gespannt, wer das gewinnt. Die Celtics. Tatum, Finals, MVP. Okay, Leute, ich hoffe, ihr habt es genossen. Weil jetzt, das nächste Jahr, bin ich mir ziemlich sicher, kommen wir. Komm, weiter geht's. Weil wir haben so viel... Wir sind schon... Aufnahmezeit bin ich schon bei 1 Stunde 10. Perfekt. Deswegen gehen wir da jetzt direkt rein. In den NBA Draft. Wir dürfen wieder an der 3 auswählen. Das ist halt schon... ... Richtig wild. Draft-Übersicht. Nasir, Cunningham. Wen könnten wir jetzt wählen? Leider nicht komplett gescoutet. Das bedeutet, dass ich mir jetzt Nasir Cunningham holen werde. Great vorschlagen. Spieler. Phoenix Suns. Also, ich würde gerne für Cunningham traden, aber es geht nicht, weil er einfach nicht angezeigt wird. Also, wenn ich jetzt hier reingehe und gehe rüber zu den Phoenix Suns, dann ist er einfach nicht aufgelistet. Hm. Das ist natürlich doof. Okay. Dann muss ich jetzt quasi selber jemanden picken. Und dann versuchen später. Ah, das ist natürlich nicht das, was ich wollte eigentlich. Und schlecht gescoutet wurde er auch noch. Einfach absolut keine Ahnung, wie gut dieser Typ jetzt ist. Alles nicht optimal, Leute. Naja, komm. Wir sehen hier die Draft-Übersicht. Ich werde jetzt versuchen... Ah, okay. Jetzt sehe ich auch den Wert von Ian Jackson, der auch ziemlich gut aussieht. Wurf 6. Ja, okay. Cunningham ist natürlich der flexiblere Spieler. Mein Spieler. Und Cunningham ist halt 2,08 Meter groß. Ich schaue jetzt mal, ob es geht. Heldsuche. Ne, es geht immer... Es ist einfach immer noch nicht... Wahrscheinlich, weil er nicht unter Vertrag ist. Rookie-Verpflichtung. Nimm beide mit. Wenn man ja mal logischerweise... Nimm alle mit. Ich muss ordentlich was reinbuttern, damit das funktioniert. Jetzt komm. Das ist so krass viel. Die wollen den nicht hergeben. Weil der natürlich auch wirklich krass ist. Wen hab ich denn auf der Forward-Position? Der hat hat 12. Dann geht's nicht. Weil dann bin ich drüber. Mit Morris kriege ich's nicht ausgeglichen. Nee, ich krieg's nicht hin. Keine Chance. Also, ich hab jetzt gerade so viel rumprobiert. Ich hab einfach keine Chance auf Cunningham. Die wollen... Ich hab alles reingebuttert, was ich irgendwie hab. Außer Ben Banyama. Und sie wollen nicht. Das ist der einzige Deal, der mir angeboten wird. Und das mach ich natürlich nicht. Also, gehen wir weiter. Vielleicht kann ich irgendwie... Gleich... Nochmal während der Saison irgendwie was probieren. Aber das ist natürlich kein... Hallo? Stopp! Ja. Rizal ist noch da. Den könnte ich... Ich weiß gar nicht, ob ich den wirklich behalten kann. Wartet mal. Team Option. Ja, ich könnte ihn behalten. Und Chandler is restricted. Ich drück durch, ob irgendjemand noch mit dem Angebot kommt. Okay. Spielerentwicklung. Namban Yama. Namban Yama. Kelton Johnson. 94. Holland. 4... Äh, 84 meine ich. 84. Edwards. 82. 82. Let's go. Die nächste Saison, die wird unsere. Ich weiß nicht, ob es schon reicht, um den Titel zu gewinnen. Aber ich glaube, in den Finals... Wir können bis in die Finals kommen. Das ist unser Team. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Boah, wenn du auch schaust, was hinten dran ist, die Rotation ist halt vollkommen krank. Richtig, richtig krank. Ich müsste irgendwie schauen, dass ich vielleicht noch auf der 1 jemanden bekomme, der best ist als Chandler. und ich habe genügend Material. Ich werde jetzt mal ein bisschen simulieren und dann schaue ich, was möglich ist auf der 1. Wir stehen bei 26, 8. Also es läuft so krass gut. 27, 10. 28, 10. Point Guard. Das ist trotz allem die Position, auf der wir uns noch verbessern müssen. Und Terry Sully Burton. Ich habe es nicht vergessen. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, ihn zu holen. Great. Was kann ich zusammenbasteln, was mir auch nicht zu sehr weh tut. Mitchell Robinson. Mitchell Robinson, Devin Wissell, zwei First-Round-Picks für Theresa Halliburton und Ryan Jones. Nope. Und sie sagen nein. und bieten uns an Quentin Grimes und wollen uns dann komplett die Hosen ausziehen. Okay, jetzt werden sie gerade ein klein wenig frech. Ich bastel mal ein bisschen rum. Yes. Und sie sagen ja, bei diesem Deal, den ich euch natürlich jetzt nochmal kurz zeigen möchte. Terry Sully Burton, Ryan Jones, DeAndre Banbury und ich habe einfach noch Blake Wesley mit oben drauf gepackt und dann hat es funktioniert. Und deshalb stehen wir jetzt so da. Terry Sully Burton, Jordan Poole, Holland, Carden Johnson, Bambanyama, Edwards, Jackson, Sohan. Wir haben hinten dran immer noch LeBron James, Chandler, Sheshawn Tate. Gibt es eigentlich irgendwelche Verträge, die auslaufen? Banbury, Chandler, okay, Sheshawn Tate läuft aus. Der ist da mittlerweile schon 30 bei den anderen Verträgen. Okay, da habe ich, das heißt, wir können eigentlich jetzt mal durchballern. Ich bin so gespannt, was es geht, Leute, mit diesem Team. Wir hatten gerade eine sehr fette Pleitenserie. Woran das liegt, keine Ahnung. jetzt läuft es wieder ein bisschen besser. Lamello Ball, MVP, Williams, Rookie of the Year, Williams, Sixth Man of the Year, Bambanyama, Defensive Player of the Year, Rickman, Most Improved Player. Okay, mein Gefühl sagt mir irgendwie, das reicht noch nicht. Runde simulieren. Okay, das packen wir. Dann, gegen die Pelicans, gegen Dyson Daniels, Brandon Ingram, Zion, Addis, Mara, wenn man das so ausspricht. Oh, 4-0. Okay, das war eine sehr eindeutige Klatsche. Die Lakers, Kevin Potter Jr., Dejon DeMurray, Victor Oladipo, Kaluma und Drummond. Auch das, Bambanyama, ist der Western Conference Finals MVP und damit stehen wir das erste Mal in den Finals gegen Jadine, Bradley, Benedict, Mithurin, Chris Middleton, Damian Collins und Miles Turner. Wir verlieren das erste Spiel. Wir gewinnen das zweite Spiel. Wir gewinnen das dritte Spiel. Wir verlieren das vierte Spiel. Wir verlieren das fünfte Spiel. Alter, Leute. Ich will unbe... Ich will... Wenn jetzt die Möglichkeit besteht, es zu schaffen, dann bitte. Here we go. Go for it. Ich will diesen Titel jetzt. Ähm... Ich falle jetzt einfach bei jedem Ruch, der in meinen Augen Ich hab keine Ahnung, wie gut Kelton Johnson ist. Also jetzt in der Simulation. Ich hab Angst, Leute. Mit Simcast. Wir erwischen den perfekten Start. Das heißt in der Simulation gar nichts. Ihr seht es sofort. Ich wusste, das passiert so. Wir ziehen weg. Wir ziehen weg. Wir ziehen weg! Let's go! Und damit gehen wir natürlich rein. Die letzten Sekunden Wemban Yama Rebuild Challenge. Check. Wir sind Champ. Machen wir mal einen Freiwurf daneben, weil ich keine Ahnung hab, wie der Freiwurf von Johnson geht. Also geht von der Wurfbewegung her. Und dann gibt es den nächsten Titel in San Antonio Middleton. Yes! Und die Frage ist natürlich, was ist jetzt möglich mit diesem Team? Also wie viele Titel hintereinander könnte man abgreifen? Bambi da sitzt er und weint. Yes, Leute! Das war eine Rebuild Challenge, die hat unglaublich viel Spaß gemacht, auch weil ich einfach mit den ganzen jungen Spielern gearbeitet habe. Ich habe wirklich am Ende da noch Terry Sully Burton mit dazu geholt, dass sicherlich die Qualität auf der Point Guard Position dann nochmal nach oben gehoben hat. Leider nicht mit Popovic an der Seite, weil ich das leider verkackt habe. Die Discipline das geht in zu gewinnen eine Championship in diesem Gebäude. Und jetzt wir es an Adam Silber, der Kommissioner der NBA für die Trophäe Präsentation. Ein Team hat ergeriert . Die NBA Champions. Congratulations für die ganze Organisation und das unglaubliche Team. Das Larry O'Brien Trophäe und ich glaube diese Zutkasse sind yours. Und da ist das Ding wieder mal Final Fantasy MVP. Naja, ich glaube man erkennt es schon an der Größe. Man erkennt es schon an der Größe. Victor Benban Yama einfach drei Köpfe größer als jeder andere. 32 Punkte von ihm. Kelton Johnson 27 beenden. Glückwunsch. Und da machen wir heute auch einen Cut. Denn ich glaube Benban Yama da kann man auch nochmal eine Goat Challenge machen, die dann nochmal länger wird. das werde ich dann vielleicht ein bisschen anders strukturieren. Jetzt für heute habe ich das Ziel erreicht, Titel mit den San Antonio Spurs und mit Benban Yama. Ich habe dieses Team komplett neu aufgebaut. Hier nochmal die Stats für euch. 29 Punkte, 16,1 Rebounds, 58,2% aus dem Feld bei 44,6% von der Dreierlinie. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Bock habt, mal auf eine Benban Yama Goat Challenge bedeutet, dass wir einfach mal versuchen, dann mit so einem Team vier, fünf Titel am Stück zu holen. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Danke fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao. Ciao.